11'000 Franken aus den Händen von Hans-Rudy Köhm, dem Sion. Ich bin ein Top-Scorer von SC Bern, mit 25 Goals dieses Jahr. Ich bin froh, dass ich die Jugendlichen unterstütze und ihre Träume selbst sein kann. Zum fünften Mal schon Top-Scorer von Fribourg, Gauterrand. Und weil es für dich so gut gelaufen ist. Nein, ich glaube, ich habe mit Schovenka und Birne gespielt. Er hat auch viele Punkte gebracht. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Es ist immer ein Traum, ein Top-Scorer zu sein und auch ein Ziel. Ich weiss, dass die Kinder das schauen. Wir sind ein Vorbild für die Jungen und das ist auch sehr wichtig für mich, etwas zu den Jungen und den Kindern zu geben. Ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Ich hoffe, dass viele trauen über das und werden ein Top-Scorer, ein Tag zu sein. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Jahr über 345.000 Franken in die Nachwuchsförderung stecken können. Das geht hälftig in die Juniorenabteilungen der Vereine und die andere Hälfte fliesst in die Junioren-Nationalmannschaft. Also beide Engagements gehen in Richtung Jugend-Nachwuchsförderung. Das liegt uns am Herzen. 05.000 Franken näher. 8.000 Franken, 18.000 Franken die Schöpfung und 1.000 Franken. Spannender Parlament organized.